Ja, heute beschäftigen wir uns mal mit einem zweiräderigen Fahrzeug, dessen Räder hintereinander angewandt sind und das Durchtreten der Pedale angetrieben wird. Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Die Rede ist natürlich vom Fahrrad, kaum mehr wegzudenken, und das Fahrrad, wie wir es heute kennen, hat eine Bedeutung, die weit über der angenommenen Bedeutung liegt. Wirtschaftsforscher sagen sogar, dass das Rad ohne weiteres die weltweite Wirtschaft lahmlegen könnte. Tja, das ist schon eine Nummer, wollen wir gar nicht weiter vertiefen, aber wir wollen den einen oder anderen Job im Bereich des Fahrrades auf den Prüfstand stellen. Ikrim Teitekin, du bist Verkaufsleiter bei Zweirad Schmitz in Dorsten auf der Barbarastraße. Und Ikrim, warum jetzt ausgerechnet das Fahrrad? Du hättest ja auch, was weiß ich, Bücher verkaufen können oder Schnaps. Ja, das ist total lustig, bin ich dir ehrlich. Damals war ich auf Ausbildungssuche und wenn man sich zurückerinnern darf, kann, 2009, 2010 war die Finanzkrise und das war sehr, sehr schwer mit Ausbildung. Und ich habe die Stelle angeboten bekommen, habe mich hier vorgestellt, beworben und das hat direkt mit meinem Chef, also mit dem Herrn Schmidt, sofort gepasst. Er hat mich sofort zum Probearbeiten eingeladen. Ich glaube, da war ich 16, 17, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und seitdem bin ich hier, also 12, 13 Jahre lang. Habe auch noch nie woanders gearbeitet, habe meine Ausbildung gemacht. Ja, ist doch hervorragend. Senat Kühne ist aktuell im dritten Lehrjahr zum Kaufmann im Einzelnen. Senat, Fahrräder kriegst du an jeder Ecke. Warum hast du dich denn jetzt nicht auf den Goldschmied zum Beispiel spezialisiert? Also da gibt es nicht so viele von. Fahrräder gibt es ja schon an jeder Ecke. Ja, das stimmt. Also bei mir war es auch so, es war ein bisschen schwerer bei mir eine Ausbildung zu finden. Ich hatte erst vor, das Fachhabitur zu Ende zu machen. Habe dann aber so im zweiten Jahr gemerkt, ist nicht so meins. Und dann habe ich halt nach einer Ausbildung gesucht und der Herr Schmitz, das hat einfach gepasst. Also ich habe einen Brief bekommen. Ich war beim Jobcenter. Da habe ich dann einen Brief bekommen. Hey, Schmitz sucht Auszubildende. Habe direkt den Chef angerufen und das ging auch ganz schnell. Er hat gesagt, komm vorbei. Zwei Minuten vielleicht geredet und dann hat er gesagt, komm morgen vorbei. Wir machen einen Probetag. Lief super und dann seit dem Tag auch läuft alles super. Also ich bin sehr glücklich. Meine Herren, ihr seid ja ganz schön begeistert, Ikrin. Wie war das denn bei dir? War das immer klar, dass du mal alles rund um das Fahrrad verkaufen willst? Du darfst da ruhig ehrlich sein. Oder war das wirklich so, wie du es gerade schon so angedeutet hast, das war der reine Zufall? So ein bisschen von beiden, würde ich sagen. Also vielleicht hört das jetzt mein Chef nicht so gerne, aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig ausgegangen, jetzt Fahrräder zu verkaufen. Aber ich wusste schnell, dass mein Weg so in die Verkäuferschiene reinrutschen wird. Ja, hat dann so gepasst. Jetzt sagt man ja, der Kaufmann kann alles verkaufen. Also man muss wenig Leidenschaft für das Fahrrad haben. Das ist eine gewagte These, ne? Ja, bin ich geteilter Meinung. Ich habe hier Leute, das sind wirklich Verkaufswunder, die wirklich alles verkaufen können, die dann auf Sympathie gehen und wirklich auch gut reden können und den Menschen vor sich abholen können. Ich habe auch Mitarbeiter, die das Fahrrad oder das Motorrad leben und lieben und die dann durch ihre eigene Begeisterung und durch eigene Erfahrung verkaufen. Also es ist so ein Mix von beiden. Wenn man mich fragt, was ist das Erfolgreiche? Ich denke, wenn man so beides ein bisschen vermischt, wenn man gerne Fahrrad fährt, am Wochenende anstelle mal auf Auto sich aufs Fahrrad setzt quasi und dann trotzdem begeistert ist und trotzdem gut verkaufen kann. Ich denke, das ist so eine gute Mischung von beiden. Man muss schon seinen Job lieben und mögen. Seenat, wann fährst du für ein Fahrrad? Ich fahre tatsächlich gar kein Fahrrad. Ja, was ich dazu sagen kann, ich warte nur, bis die Ausbildung fertig ist und dann lege ich mir sowieso sofort ein E-Bike zu. Das steht bei mir ganz oben. Aber ja, ab und zu mal von dem Bruder oder von der Mama mal ein Fahrrad nehmen und eine Tour machen auf jeden Fall mit den Freunden. Gibt das Wetter jetzt natürlich nicht so her, aber definitiv auch mal eine Tour machen, ja. Muss man denn oder muss Frau in dem Beruf zwingend Rad fahren? Absolut nein, muss nicht, nein. Wenn die sich fürs Verkaufen interessieren und sich für den Menschenkontakt interessieren und da geht es auch. Wir haben auch Leute im Background, die nicht hundertprozentig im Verkauf sind, sondern auch Verträge abschließen, abkassieren oder auch im Lager tätig sind, Taschen und Helme oder so Zubehör verkaufen. Also man muss nicht unbedingt fahrradfreudig sein, bringt aber einen Vorteil mit. Ich wollte jetzt gerade sagen, bei einer Einstellung, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Mensch Egrim, ich möchte hier gerne anfangen, zwinkerst du damit in den Augen, wenn dir jemand sagt, ich will kein Fahrrad haben? Ehrliche Meinung habe ich noch nie gehabt, weil ich glaube einfach, das Fahrrad macht Spaß und man muss auch kein Freak sein, also kein Fahrradtechniker sein, um Fahrrad fahren zu können. Vor allem hier in Dorsten. Die Menschen in Dorsten verbinden viel mit dem Fahrrad. Wir haben unsere Kanalwege, wir haben unsere Lippelwege. Man kann hier das Auto optimal mit dem Fahrrad ersetzen und habe ich noch nie gehabt tatsächlich, dass ein Mitarbeiter oder ein Arbeitskollege sagt, Fahrrad fahren, gar keine Lust, gar kein Spaß, aber ich bin jetzt hier und verkaufe. Habe ich tatsächlich noch nie gehabt und auch wenn die Leute gar keinen Kontakt mit dem Fahrrad haben, man merkt das innerhalb von zwei, drei Wochen. Die empfinden sofort eine Sympathie gegenüber dem Fahrrad und legen sich dann auch meistens eins sofort bei uns zu. Das ist natürlich das Beste. Was muss ich denn deiner Meinung nach mitbringen, um in dieser Branche als Kaufmann, als Kauffrau überhaupt Fuß fassen zu können? Welche Eigenschaften muss ich haben? Also eigentlich braucht man nicht wirklich viel. Man muss ein bisschen Sympathie haben natürlich. Man muss mit dem Kunden ein bisschen, sage ich mal, so eine Bindung aufbauen, dass man ein bisschen verkaufen kann. Ich meine, in meinem ersten Jahr war ich jetzt nicht der beste Verkäufer, aber ich habe trotzdem ein bisschen was verkauft, hat auch was zu sagen und ich finde einfach, das Team ist immer so der Rücken, sage ich mal. Also wenn man mal in einem Verkaufsgespräch war, vor allem am Anfang, hat man immer einen gehabt, der dir geholfen hat. Also wenn du mal nicht was gewusst hast, ist er direkt gekommen, hey, so, so, so und das hat mir sehr, sehr weit geholfen und deswegen, das war so eine gute Eigenschaft von den Mitarbeitern, wo ich mich dann auch wohlgefühlt habe und die Verkaufsgespräch sind dann halt immer besser und besser geworden. Also die Mitarbeiter sind schon non plus ultra, würde ich sagen. Dafür bist du ja nun mal auch in der Ausbildung, um dann auch zu lernen, ne, Egrim? Aber Tugenden sind ja schon wichtig bei den Mitarbeitern. Auf welche Tugenden legt ihr denn hier bei Schmidt so viel Wert? Was ist eine Sache, wo du jetzt zum Beispiel als Verkaufsleiter sagst, die musst du haben? Also ein Muss ist für uns, dass der Azubi Lust mitbringt, dass er Spaß dabei hat und ein wenig Ehrgeiz auch hat, ein wenig sprachgewandt ist und Kontakt zu Menschen dann auch hebt und pflegt, sage ich jetzt einfach mal. Und der Rest kommt eigentlich von selber. Also wir stehen auch hier und wir helfen auch, wir tun auch. Also es muss kein Verkaufswunder sich bei uns bewerben, sondern es ist wichtig, dass der Mensch, ob jetzt eine Dame oder ein junger Mann hier vor uns steht, er muss Lust drauf haben. Er muss Lust drauf haben, im Team zu arbeiten. Er muss ein bisschen Ehrgeiz haben und ein bisschen die deutsche Sprache beherrschen. Das ist so das Wichtigste, sage ich jetzt einfach mal. Also Senat, du hast jetzt gerade gesagt, dass du gelernt hast auch im Verkaufsgespräch. Was ist denn so an Tugenden bei dir dazugekommen, wo du sagst, Mensch, das habe ich jetzt die letzten drei Jahre gelernt und das wäre gut, wenn man das mitbringt? Ja, also definitiv die Kundenkenntnis. Also es gibt halt Kunden, die mögen jetzt nicht so viel zu reden. Es gibt Kunden, die würden am liebsten drei Stunden, vier Stunden mit dir reden und da die goldene Mitte zu finden. Das war so ein Punkt, den habe ich fast nie gefunden. Also ich war immer so einer, wenn der Kunde gesagt hat, ja, ich muss mir vielleicht überlegen, dann war ich direkt so, alles klar. So, das habe ich jetzt gelernt, dass man da halt versucht, so die goldene Mitte zu finden. Hey, redet er jetzt einfach zu viel um den heißen Brei oder will er jetzt wirklich mit dir in Kontakt bleiben? Und das war so ein großer Punkt, wo ich gedacht habe, ja, der hat mir sehr weit geholfen auf jeden Fall. Der Deutsche, der liebt ja an sich unser Auto, glaube ich irgendwie 45 Millionen Autos. Aber wir haben eben auch 81 Millionen Fahrräder. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, der Markt ist abgegrast. Oder glaubst du, dass wir erst so am Anfang sind und dass der Trend zum Dritt- oder Viertfahrrad geht? Also ich denke, dass der Trend definitiv wie in Holland tatsächlich, aus unserem Nachbarland, dass wir auf ein Zweit- und Drittfahrrad tendieren. Und da gehe ich stark von aus. Also ich denke nicht, dass es hundertprozentig aufhören wird. Wir haben Spaß am Fahrradfahren, wir verbinden viel mit Fahrrad und da bin ich guter Dinge und hoffe es. Das wäre natürlich auch zu hoffen, weil Fahrradfahren ist ja auch gesund. Senat, was unterscheidet denn den Job im Fahrradhandel im Vergleich zu anderen Branchen, deiner Meinung nach? Also definitiv, wie auch schon vorhin gesagt, der Kundenkontakt bei Rewe oder Lidl zum Beispiel. Da geht man nicht auf den Kunden ein, da räumt man seine Ware ein und das war es dann auch schon. Hier ist es halt so, man bleibt mit dem Kunden über längere Jahre in Kontakt. Das ist das, was mir eigentlich gefällt. Heißt, ich habe jetzt einen Kunden noch, den habe ich im ersten Jahr ein Fahrrad verkauft, der kommt heute noch, freut sich super, Rad läuft. Mit dem ist man immer noch in Kontakt und das ist das, was mir sehr gefällt. Also, dass die Kunden hier bleiben sozusagen. Man hat mit denen über längere Jahre was zu tun. Kann natürlich positiv, kann auch negativ sein, aber ich nehme es im Moment positiv auf, weil ich super Kunden habe. Und im besten Fall kommen die natürlich auch alle immer wieder. Der stationäre Fahrradhandel, ist das deiner Meinung nach ein Handel mit Zukunft? Weil es geht ja doch schon viel auch online, ne? Ja, definitiv. Ich denke, dass sich der stationäre Handel auch im Online verbessern kann oder sich verbessert. Aber dennoch, Fahrrad ist so ein Thema, da liebt der Kunde den Kontakt zum Handel. Bedeutet, er hat eine Frage, er hat ein Problem. Ja, es gibt ja auch bei Fahrrädern tatsächlich Reclamationen und auch Probleme. Und da stehen wir jeden Tag hier und holen unsere Kunden gerne ab. Und die können jeden Tag uns anrufen oder auch gerne via Mail oder auch vorbeikommen und deren Problem oder was auch immer dann auch schildern. Ich denke, da sind wir dem Onlinehandel meiner Meinung nach stark voraus. Es geht nicht immer nur ums Geld, weil online heißt nicht immer günstig sein. Das verwechseln immer sehr, sehr viele Leute. Und wir beraten und wir tun und wir pflegen und wir haben auch eine super Werkstatt. Und ich denke, dass es dann, das sind unsere Pluspunkte gegenüber dem Onlinehandel, dass wir auch eine sehr, sehr große und starke Werkstatt haben. Und eure Stärke ist definitiv auch die Abteilung Azubis. Ihr habt sieben Azubis in drei Berufen. Jetzt bist du eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Von Pika auf hast du hier gelernt. Genau. Warum ist die Ausbildung denn so wichtig? Ich meine, ihr könnt ja auch fertige Gesellen kaufen. Also in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, das Thema ist ein leidiges Thema. Fachkräfte zu finden ist halt immer sehr, sehr schwierig. Und wir bilden gerne aus, also davon ab, mal ein anderes Thema. Wir bilden sehr gerne aus und unsere Stärke ist, dass wir unsere Azubis auch sehr, sehr, sehr gerne behalten und eine Zukunftsperspektive bieten. Und das sagen wir auch direkt im ersten Lehrjahr, wenn die sich in der Schule gut machen und wenn die sich hier im Team anpassen und Einsatz bringen, dass wir sie auch gerne nach der Ausbildung fest einstellen. Und ich denke, wenn wir so weitermachen, ist es schon eine geordene Zukunft, die wir vielleicht auch verbringen dürfen. Du hast mir jetzt eine Frage vorweggenommen. Das wäre nämlich diese Übernahme. Garantie gibt es die bei euch generell? Ja und nein. Also eine Garantie kann man nie geben. Es ist immer sehr schwierig. Ich habe Leute, die sind im ersten Lehrjahr super, wo du sagst, hey, da musst du jetzt sofort einen Vertrag aushändigen, den binden wir uns an und das entwickelt sich dann vielleicht doch nicht so gut. Haben wir bis jetzt tatsächlich noch nie gehabt. So eine Garantie kann man nicht aussprechen. Es wäre jetzt doof, wenn ich sage, ja, wir geben eine Garantie aus. Aber zu 98 Prozent, wenn sich der Azubi gut macht und wenn er seinen Job einigermaßen mag und Spaß mitbringt und seine Schule auch ernst nimmt, übernehmen wir sehr gerne. Also ich würde diese Garantie mit sehr gerne wechseln dürfen. Und dabei lacht er. Wenn ihr das sehen könntet, sehr schön. Aber da merkt man auch eure Leidenschaft. Senat, warum ist Schmitz denn für dich so ein einzigartiger Arbeitgeber? Was macht Schmitz so aus? Vor allem dieses Familiäre, sage ich mal. Also man ist jetzt nicht so, dass der Chef jetzt kommt, ja, du machst jetzt das, das, das. Der Chef ist eher so, der sagt dann, lass mal zusammen anpacken oder so. Vor allem der Ekrem auch. Also der schickt mich jetzt nicht los und sagt, ja, geh mal das Lager da sauber machen, ganz alleine. Der wird dann mitkommen zum Beispiel und sagen, hey, so machst du das. Wir machen das gemeinsam und so weiter. Und das finde ich auch in der Schule, viele Schulkollegen. Da merkt man einfach, dass es nicht so wie bei uns ist. Also da sind viele, die sagen so, boah, ich hätte das gerne wie bei euch, dass einfach so eine Gemeinschaft ist. Und nicht so einer, der dann sagt, du machst das und das und viel Spaß. Wenn du fertig bist, meldest dich bei mir, kriegst du neue Aufgaben. Und das ist hier nicht so. Man lässt demjenigen, dem Azubi, ein bisschen Freiraum. Der kann ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen rumexperimentieren. Der darf mal das machen. Also ich war auch mal in der Werkstatt, ich habe mal ein paar Räder aufgebaut. Das habe ich auch gemacht. Man hat mehrere Möglichkeiten hier zu machen. Man ist jetzt nicht nur im Verkauf gebunden und muss nur verkaufen, sondern man kann einfach mehrere Sachen hier in dem Betrieb machen. Und das ist das Schöne. Ich habe mich jetzt beobachtet, du hast immer mit dem Kopf genickt. Ja, genau. Was ist denn deiner Meinung nach hier so attraktiv bei Spaß? Es freut mich zu hören, dass der Herr Kühne, also der Senator, das so aufnimmt. Das macht mir dann Spaß auch. Also wir geben unseren Lehrlingen Zeit und auch die Möglichkeit, sich zu entfalten. Das ist uns sehr wichtig. Also wir bieten nicht, also er hat es ja gerade schon vorweggenommen, nicht nur hier verkaufen, sondern wir haben auch sehr, sehr viel Background. Ja, bedeutet, wir sind im Leasingbereich sehr stark. Wir bieten Finanzierung an. Wir bieten verschiedene Module an oder auch in der Werkstatt mal Nebentätigkeiten auszuführen, wie ein Fahrrad auszupacken, aufzubauen. Und ich denke, das macht dem Azubi Spaß und uns auch Spaß, da wir dann halt unsere Mitarbeiter formen in den drei Jahren. Jetzt ist ja das eine, ist ja dieses, was ihr beide jetzt so gerade gesagt habt, du hast ja von familiär gesprochen sehen, was hat Schmitz denn, was andere Fahrradhändler nicht haben? Also was bietet ihr denn eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen noch darüber hinaus? Wir sitzen hier gerade in einer Lounge. Ich bin total begeistert. Und die Lounge, die ist ja nicht nur für den Chef. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr schönen Pausenraum. Wir bieten unseren Mitarbeitern oder auch unseren Azubis auch zum Beispiel gegenüber anderen Betrieben Versicherungen an, die vom Chef bezahlt werden. Rentenversicherung, eine Chefarztbehandlung, eine Zahn-Zusatzversicherung kriegen wir von unseren Arbeitgebern sozusagen gesponsert. Das ist das eine. Wir bieten gute Gehälter an, also wir passen uns der IHK an, was die Vergütung angeht. Aber auch das Wichtige ist, wir bieten eine Atmosphäre an, fernab von der Ausbildung und vom Arbeiten. Wir bieten einen vielleicht auch so ein bisschen Lifestyle ein oder auch diese Atmosphäre. Zusammenhalt, vielleicht ein bisschen familiär. Der Chef kocht Samstag zum Beispiel und wenn er nicht kocht, bestellt er uns was zu essen. Wir haben hier, wir sind hier in der Lounge, wir haben hier einen Kühlschrank, wir dürfen an die Getränke gehen. Wir haben frisches Obst von den Bauern hier, was Bananen, Äpfel, Bier und so weiter angeht. Also wir bieten auch den Menschen, nicht nur den Azubis, sondern allen unseren Mitarbeitern eine Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, das, was uns sehr besonders macht. Sinnert, der kommt richtig in den Schwärm. Jetzt bleibt für dich noch was über, wo du sagst, boah, das finde ich auch richtig klasse hier bei Schmitz. Ja, also das Essen vom Chef ist schon wirklich mega, muss man schon sagen. Also das schmeckt schon wirklich gut. Das ist immer da, wo man sich am Samstag am meisten darauf freut. Aber ja, man wird, sage ich mal, nicht dumm angemacht, in Anführungszeichen jetzt. Es wird immer auf einen eingegangen. Und auch wenn mal was nicht läuft, dann hat man immer ein offenes Ohr, egal ob beim Chef, beim Ekrem oder sonst wem. Man kann sich immer, sage ich mal, ausheulen, man kann alles loswerden. Und das finde ich, ist nicht überall so. Und das ist das, was Schmitz besonders macht, ja. Kommen wir mal zum Arbeitsklima. Weil du bist ja jetzt ein junger Spund, also ihr seid ja beide noch relativ jung im Gegensatz zu mir. Stichwort Work-Life-Balance. Also das ist ja ein Handel, das heißt, am Samstag wird auch gearbeitet. Hast du noch Möglichkeiten, so ein bisschen deine Freizeit zu gestalten? Definitiv. Also ich habe viel Freizeit, also ich kann mich da nicht beschweren. Nach der Schule zum Beispiel darf ich nach Hause. Ich habe Schule zum Beispiel bis 12 Uhr. Dann darf ich auch nach Hause, dann muss ich nicht arbeiten kommen. Und ja, der Samstag, der ist eher entspannt meist. Und ich finde, man hat hier auch trotzdem viel Freizeit. Weil ein Kundengespräch ist für mich nicht wirklich Arbeit. Hört sich jetzt blöd an, aber es macht eigentlich Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt am Rechner sitze und da irgendwas die ganze Zeit abtippen muss. Also es ist irgendwie schon Freizeit, weil ich mache ja auch was, was mir gefällt. Jedes Fahrrad, was hier neu ankommt, das will ich auch direkt fahren. Das will ich auch direkt ausprobieren. Deswegen, ja, ich habe schon viel Freizeit. Also es macht mir schon Spaß. Work-Life-Balance ist schon gut. Gut, Ikrim, wenn er sowas sagt, dann musst du dir doch eigentlich das Herzchen aufgeben. Ja, tut es auch. Also ich schwärme von meinen Azubis. Wenn ich auch was dazu sagen darf, dieses Work-Life-Balance wird immer mehr und auch in Deutschland sehr attraktiv. Man muss das immer in zweierlei Dingen sehen. Wenn man sich für den Einzelhandel entscheidet, dann weiß man im Vorfeld, dass man halt auch vielleicht nicht die schönsten Arbeitszeiten hat. Jetzt komme ich aber auch dazu, dass wir hier im Fahrradbereich trotz des Einzelhandels super Arbeitszeiten anbieten. Wenn ich das kurz erklären darf, wir arbeiten Montag bis Samstag. Jeder Mitarbeiter hat in der Woche einen freien Tag. Ja. Und wir arbeiten von 9.30 Uhr bis 19 Uhr. Eine Stunde Pause ist natürlich auch gegeben. Den einen Tag frei in der Woche ist gegeben. Wir haben aber auch vom Oktober bis zum März halt auch eine Wintersaison. Also wir haben einmal die Hauptsaison und einmal die Nebensaison, einmal Sommer und Winter. Und im Winter bieten wir unseren Azubis und auch unseren Mitarbeitern an, von 9.30 Uhr bis 18 Uhr zu arbeiten. Und Samstag anstelle von 9.30 Uhr bis 16 Uhr bis 14 Uhr zu arbeiten. Also wenn man das jetzt mit dem Einzelhandel vergleicht, haben wir schon sehr attraktive Arbeitszeiten zu bieten. Ihr sprecht beide von Familie. Man merkt auch bei euch, wenn ihr so über dieses Klima sprecht, da geht die Sonne auf. Macht ihr denn auch Dinge zusammen oder seid ihr nur auf der Arbeit hier zusammen? Also wir machen auch schon Dinge zusammen. Wenn es jetzt mit Werkstatt oder ohne Werkstatt ist, auf jeden Fall. Also mal zusammen am Wochenende mal einen Abend Getränk trinken gehen. Oder auch wir machen eigentlich auch Betriebsfahrten. Die haben wir auch gerne gemacht. Also wir machen schon viel. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns nur auf der Arbeit sehen, sondern auch abseits der Arbeit. Und wir haben eigentlich schon viel miteinander zu tun, doch. Du musstest gerade grinsen auf die Frage. Es ist ja jedem selbst überlassen, nach der Arbeit dann auch mit seinem Arbeitskollegen etwas zu unternehmen. Das muss ich als Verkaufsleiter so erwähnen oder dazu sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass unsere Mitarbeiter untereinander einen guten Kontakt haben. Der eine mehr und der eine weniger natürlich. Aber auf die Frage zurück. Wir sind schon untereinander gut befreundet und sehr kollegial. Ob wir uns jetzt jeden Tag treffen oder nicht. Es ist mal weniger, mal mehr. Ich versuche in meiner Position die Bande so ein bisschen auf Trab zu halten. Und versuche dann auch mal so im Jahr zwei, drei Gelegenheiten zu finden, dass wir mit dem Verkauf oder auch mit unseren Werkstattkollegen rausfinden. Aber ansonsten, ja. Also privat haben einige hier auch miteinander zu tun. Das freut mich auch sehr. Und das bringt uns auch voran. Jetzt müssen wir auch ein bisschen über Geld sprechen, Herr Krem. Wie sieht die Ausbildungsvergütung aus? Wir passen uns der IHK an tatsächlich. Und zwar haben wir also beim Senat eine Vergütung im ersten Lehrjahr brutto natürlich von 670 Euro. Im zweiten Lehrjahr 760 und im dritten Lehrjahr 850. Ich meine aus dem Background zu wissen, dass sich die Gehälter so ein bisschen angepasst haben. Also der nächste Azubi, der auch bei uns anfängt, der wird dann auch der IHK dann wieder angepasst. Ich denke, hier ist eine 30, 40 Euro Erhöhung, glaube ich. Das muss man dann sehen. Also wir passen uns der IHK an. Da ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ja, das ist sehr wichtig. Jungs, wir sind fast am Ende, aber auch nur fast. Also am Ende kommt dann immer, wie es so schön ist, jetzt kommt der Werbeblock, sage ich mal. Also ihr habt jetzt die Chance zu sagen, warum es schmitzt, der geilste Arbeitgeber in der Region. Ikrim, wir fangen mal mit dir an. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Nein, ich bin nicht überfragt, sondern möchte mich einmal sammeln. So, der beste Arbeitgeber? Nee, der geilste. Der geilste, okay. Okay, wie vorweg eigentlich, haben wir das ja gemeinsam hier erklärt, was hier auf uns zukommt. Wir arbeiten ja miteinander, füreinander. Wir haben attraktive Zahlungen, wir haben attraktive Versicherungen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Vorteile, die wir unseren Angestellten oder unseren Azubis anbieten wollen und möchten und tun. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass wir dieses Miteinander und dieses Füreinander wirklich immer noch heben und uns da wirklich stark machen. Also nicht nur ich, muss auch jetzt in dem Fall auch meine Chefs so ein bisschen auch im Background nehmen, dass sie wirklich ein offenes Ohr für die Angestellten haben. Also auch nicht nur für die Azubis, sondern wirklich für alle. Und zum Stichpunkt nochmal Azubi, da komme ich. Also es ist ja meine Leitung, meine Position. Wir sehen unsere Azubis, auch die Chefs, nicht wie Auszubildende und nicht wie Stifte, sondern vollwertige Mitarbeiter. Wir brauchen unsere Azubis auch in unserer Planung, in unserer Urlaubsplanung. Aber auch der Standard ist uns total wichtig, wenn er ausfällt, tut uns das genauso wie, wenn eine andere Vollzeitkraft ausfällt. Und ich glaube einfach, wenn wir das unserem Azubi oder unserem Angestellten weiterleiten können und ihm das zeigen und ihm das fühlen lassen, das macht uns sehr besonders gegenüber vielen anderen Arbeitgebern. Fernab vom Geld und vielleicht attraktiven Zahlungen und Versicherungen. Ich glaube, das Emotionale ist, glaube ich, unsere Stärke auch. Das möchte ich nochmal so ganz dick drunter streichen. Machst du sehr gut, Ikrim. Also bei mir kommt es an und ich glaube, draußen kommt es auch an. Man merkt dir das an, Senat. Und dir merkt man das auch an. Warum ist Schmitz der geilste Arbeitgeber? Also wie der Ikrim jetzt gerade schon gesagt hat, man ist einfach kein Azubi. Man steht auf dem Papier, alles schön und gut, aber man ist kein Azubi hier in dem Betrieb. Man ist ein Festangestellter, das wird einem auch von Tag 1 an übermittelt. Hey, du bist festangestellt im Großen und Ganzen her und so wird man auch behandelt. Und das, finde ich, macht Schmitz einfach zum geilsten Ausbildern. Ganz ehrlich, ja. Ja, sehr schön. Radfahren ist in und das nicht erst seit gestern. Bei Zweirad Schmitz in Dorsten wird nicht nur von der Zukunft geredet. Hier wird die Zukunft geschmiedet, beziehungsweise in diesem Fall dann geschraubt. Und das nicht nur im Bereich der Zweiradmechanikerin. Ihr Bock auf so einen coolen Arbeitgeber und steht in den Startlöchern dann nichts wie raus aus dem Loch. Und rein ins Abenteuer Ausbildung bei Schmitz. Da werdet ihr nämlich schon definitiv erwartet. Ihr habt es gerade emotional gehört. Sedan und Ekrim sind schon voller Vorfreude auf euch, wo die Bewerbung hin muss. Und alle weiteren Infos bekommt ihr natürlich im Netz unter schmitz.bike. Und bei euch beiden möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Danke schön. Also eure Leidenschaft ist definitiv rumgekommen. Danke. Lieben Dank. Danke. 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 Vielen Dank.